Ich lerne Deutsch. Nummer 8208 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wie ist dein Eindruck von der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen? Wie ist dein Eindruck von der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Abteilungen? Wenn ich Gelenkschmerzen habe, muss ich ein paar Tage mit dem Training aussetzen. Das sieht wirklich interessant aus. Ich bin ganz begeistert. Das sieht wirklich interessant aus. Ich bin ganz begeistert. Das sieht wirklich interessant aus. Ich bin ganz begeistert. Wenn ich einen Apfel esse, gibt es dann Spaghetti mit Tomatensauce? Wenn ich einen Apfel esse, gibt es dann Spaghetti mit Tomatensauce? Ich bin dankbar, dass ich die Kraft habe, auch in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben. Ich bin dankbar, dass ich die Kraft habe, auch in schwierigen Zeiten positiv zu bleiben. Ein blauer Bleistiftanspitzer liegt neben einer Schere mit blauem Griff. Ein blauer Bleistiftanspitzer liegt neben einer Schere mit blauem Griff. Alina sitzt im Garten und löst Kreuzworträtsel. Alina sitzt im Garten und löst Kreuzworträtsel. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.